Einen wunderschönen guten Morgen! Ich habe schon wieder die Sonnenbrille auf, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Sonnenstrahlen jetzt am frühen Morgen ganz flach auf mich treffen und ich sonst überhaupt nichts sehen würde. Und was bedeutet das? Na klar, wir haben wunderschönes Wetter und dementsprechend werden wir jetzt gleich eine neue Radtour in Angriff nehmen. Heute sind wir im Pfaffenwinkel und die Tour, die wir jetzt gleich fahren werden, die geht rund um den Lech. Wir beginnen das Ganze in Peiting. Das ist einfach der Ort, wo man am allerbesten das Auto abstellen kann. Dann rollen wir ein Stückchen bergab und sind auch gleich in Schongau. Dort geht es erstmal durch die historische Altstadt und dann fahren wir den Lechfluss aufwärts bis nach Lechbruck. Dort queren wir den Fluss. Dann geht es rüber zur weltbekannten Wieskirche, von der Wieskirche nach Steingaden und dann wieder zurück nach Peiting. Ich bin der Bike Mike und was wir auf dieser Tour alles Schönes erleben werden, das zeige ich euch gleich. Wieskirche nach Steingaden und dann wieder zurück nach Lechfluss auf die Wieskirche nach Steingaden und dann wieder zurück nach Lechfluss auf die Nachdem wir unsere Räder ausgeladen und startklar gemacht haben, rollen wir zunächst von Peiting ins nachbarschaftliche Schongau. Die kleine Stadt beherbergt gut 12.000 Einwohner und liegt direkt am Lech. Schongau besitzt eine wirklich sehenswerte historische Altstadt, die sich auf einem kleinen Hügel erstreckt, der früher an beiden Seiten vom Lech umflossen wurde. Sozusagen eine kleine Todsburg, die sich ideal verteidigen ließ. Heute glänzt die Altstadt mit zahlreichen historischen Gebäuden, umrahmt von Bars und Cafés, sowie einer fast vollständig erhaltenen Stadtmauer. Diese kurze Prise Patina belegter lebendiger Geschichte ist der perfekte Einstieg in die heutige Tour, die uns sowohl gebietstechnisch als auch sprachlich durch den Übergangsraum vom Bayerischen ins Schwäbische führt. Die Rundtour folgt dabei im ersten Teil etliche Kilometer dem Lechfluss aufwärts, wobei vorzugsweise an der östlichen Lechseite, also auf der Seite, auf der wir unterwegs sind, ein eigener lechreiner Dialekt gesprochen wird, der sich akustisch vorwiegend schwäbisch anhört, aber vom Wortschatz eher bayerisch geprägt ist. Und schwuppdiwupp sind wir draußen aus der Stadt und es geht in aller Ruhe und Einsamkeit weiter. Wir sind heute wieder zu zweit unterwegs, die Silke und meine Wenigkeit. Und wir lassen uns jetzt mal überraschen, was da alles Schönes am und um den Lech auf uns zukommt. Ein absoluter Radfahrtraum sind die Straßen und Wege, die wir auf dieser Runde befahren. Klar, die gut geschotterten, meist Waldwege, gehören sowieso nur Bikern und Fußgängern. Aber auch die kleinen geteerten Strässchen, auf denen wir vorwiegend unterwegs sind, sind so verkehrsarm, dass man die meiste Zeit meint, es handelt sich um eine reine Radstraße. Aber Vorsicht, dem ist definitiv nicht so. Also immer auch mit Gegenverkehr motorisierter Art rechnen. Doch größtenteils ist die Route einfach frei von lärmenden Autos und Motorrädern, was einem das hiesige, großartige Voralpenland noch viel, viel intensiver genießen lässt. Ein fantastischer Weg führt uns hier immer wieder mal kurz durch den Wald und dann wieder auf weite Felder hinaus, wo wir einen perfekten Blick haben auf den Alpenhauptkamm. Absolut irre! Jetzt geht es hier auf gut festgefahrenen Kiesl durch den Wald, was gerade im Sommer wieder ganz toll ist. Sehr, sehr warm ist draußen, hat man hier eine gute Beschattung. Sehr schön zum Fahren, sehr ruhig, tolle Luft, was wollen wir mehr? Jetzt schaut euch mal dieses Voralpenpanorama an. Unglaublich! Luftwaffe Nach etwa 15 Kilometern verläuft der Lech direkt parallel zu unserer Route, so dass wir immer wieder tolle Ausblicke auf den Fluss mit seinen Staustufen haben. Der Lech entspringt in Vorarlberg, also in Österreich, und hat eine Länge von etwa 260 Kilometern. In Deutschland fließt er von Füssen bis Marksheim, wo er in die Donau mündet. Der Fluss wird an etlichen Stellen aufgestaut, um mit Wasserkraftwerken Energie zu gewinnen. In einigen Fällen wurden dadurch größere künstliche Seen angelegt, wie z.B. der Forgensee bei Füssen oder auch der Lechstausee Urspring bei Lechbruck, wo wir jetzt den Fluss queren und Richtung Osten einschwenken. Es ist einfach traumhaft schön, hier unterwegs zu sein. Unglaublich. Ein Panorama soll das gleichen. Ich bin der Fluss für das, wir sehen uns, mit einen Umfeldbund. Nachdem wir jetzt eine Weile an der Lechstau-Stufe entlang gefahren sind mit diesem wunderschön kreierten Naherholungsgebiet, erreichen wir jetzt Lechbrock. Auf der anderen Lechseite genehmigen wir uns erstmal eine rustikale Brotzeit, bevor es dann über feste Schotterwege und weiterhin kleine, perfekt asphaltierte Straßen weitergeht. Sind wir bisher zwar auch nicht ausschließlich flach gefahren, so wird es nun spürbar hügeliger. Was sich in dem bemerkbar macht, dass sich sowohl Auf- als auch Abfahrten in kurzen Abständen die Klinke in die Hand geben. Im Fachjargon spricht man von kopiertem Gelände, das uns nun bis zum Ende der Tour auch nicht mehr loslässt. Jetzt geht es aber gar am Berg hinauf. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Was für eine irre Straße und was für eine irre Landschaft. Was für eine irre Straße und was für eine irre Straße. Nach ziemlich genau 40 Kilometern erreichen wir die Wieskirche. Oder ganz korrekt die Waldwaldskirche zum gegeißelten Heiland auf der Wies. Die bezaubernde Rokokokirche entstand von 1745 bis 1754 und wurde 1983 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Damit wurde der künstlerischen Bedeutung des von den Brüdern Dominikus und Johannes Baptist Zimmermann erschaffenen Gotteshauses Rechnung getragen. Beauftragt wurde die Kirche vom damaligen Kloster Steingarten, das an der enormen Kostenexplosion des Bauwerks fast zugrunde gegangen wäre. So kostete die Wieskirche nicht die ursprünglich geplante Summe von 30.000 Gulden, sondern verschlang bis zu ihrer Fertigstellung 180.000 Gulden. Die Elbphilharmonie in Hamburg oder der Berliner Flughafen lässt grüßen. Bereits bevor die Kirche auf der Wiese errichtet wurde, war der Flecken des heutigen Prunkbaus zum Wallfahrtsort geworden. Anlass war ein Bild des Gegeißelten, das im Besitz des hier ansässigen Bauern war und aus dessen Augen eines Tages vermeintliche Tränen hervorquollen. Als sich dieses Wunder verbreitete, zog es unzählige Menschen in die Wies. Heutzutage sind es über eine Million Besucher im Jahr, die das prachtvolle Rokoko-Bauwerk mitsamt seinen Fresken, Kanzeln, Altan und Stuckarbeiten besuchen. Jetzt nehmen wir die letzten 20 Kilometer in Angriff. Dabei fahren wir zunächst Richtung Steingaden. Dort steht das über 850 Jahre alte Welfenmünster. Eine romanische Basilika, das wir heute allerdings links liegen lassen. Das war die Das war die Das war die Wir doch queren den kleinen Ort über den gepflasterten Marktplatz und fahren nun auf der östlichen Lechseite über kleine, aber sehr feine Sträschen zurück nach Peiting. Musik Bevor ich zum Fazit dieser Tour komme, möchte ich euch erstmal die Fakten der Runde mitteilen. Wenn ihr die Radtour genauso nachfahren wollt, wie eben gezeigt, müsst ihr gute 61 Kilometer zurücklegen. Dabei geht saftige 600 Höhenmeter in vielen kleinen Häppchen nach oben und logischerweise auch wieder runter. Bei einer mittleren Geschwindigkeit von rund 17 kmh sitzt ihr dann dreieinhalb Stunden im Sattel. Wer den Track für ein Navi braucht, kann ihn unter www.bikemic.net ganz einfach runterladen. Und wie immer, ganz ganz wichtig, alles hier, Film, Infos und natürlich auch die Navigationsdatei ist kostenlos. Als Dank oder Lohn würde ich mich über ein ebenfalls kostenloses Abonnement freuen. Einfach auf den Abo-Button drücken, dann seid ihr dabei und könnt auch nichts mehr verpassen. Musik So Leute, die Tour ist schon wieder vorbei. Es geht immer so schnell, gerade sind wir noch losgefahren. Jetzt sind wir schon wieder kurz vor Peiting und sind mehr oder weniger rum, die ganze Runde. Da komme ich gleich zum Thema. Es ist wieder mal eine Rundstrecke. die wir heute gefahren sind, sowie viele Touren bei uns. Wir sind jetzt in Peiting losgefahren. Man kann diese Touren natürlich an jedem x-beliebigen Punkt beginnen und auch wieder beenden. Vollkommen egal, wo man herkommt, wo man einen guten Parkplatz findet, wie man es gerade meint, dass es mit dem Sonnenlauf gut passt. Wir sind wie gesagt heute von Peiting los, weil wir da einen schönen Parkplatz gefunden haben und vor allem dann gleich in Schongau haben starten können. Ja, lasst mich zum Fazit kommen, zu meiner subjektiven Beurteilung der Tour. Da fangen wir mal zum ersten an mit der Schönheit bzw. mit den Landschaftspunkten für diese Tour. Diese Tour ist zum Radfahren ein wahrer Genuss. Man fährt fast ausschließlich auf ganz kleinen Wegen, die nicht von Fahrzeugen befahren werden. Die sind entweder asphaltiert oder wir haben einen ganz gut befahrbaren Schotterbelag. Es ist wirklich ein Traum. Und die zwei, drei Mal, wo man mal für ein ganz kurzes Stück auf die Straße raus muss, das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch. Dann kommt noch dazu, dass wir nach Schongau ja den Lech immer stromaufwärts gefahren sind. Das heißt, wir sind mehr oder weniger ganz schnurgerade Richtung Süden gefahren. Und bei schönem Wetter baut sich vor einem einfach dann der Alpenhauptkamm auf. Und es ist faszinierend, darauf zuzufahren. Also schöner geht es fast nicht. Dementsprechend bekommt diese Tour natürlich von mir eins, zwei, drei und auch den vierten Schönheitspunkt. Lass mich zum Schwierigkeitsgrad kommen. Ja, die Tour ist beileibe keine Einsteigertour. Das liegt schon mal schlicht und ergreifend daran, dass die Tour gute 60 Kilometer hat. Das heißt, für diejenigen, die ohne Akku fahren, brauchen wir ganz stramme Wadeln. Und für diejenigen, die mit Akku fahren, müssen sich den Akku auch gut einteilen, damit es dementsprechend vernünftig ankommen. Dann haben wir im Süden zwischen Lechbruck und der Wieskirche ein extrem kopiertes Gelände. Was heißen soll, es geht runter und auf der anderen Seite gleich wieder rauf und wieder runter und wieder rauf. Und das nicht bloß mit so kurzen Dips mit drei, vier Metern, sondern geht schon mal 20, 30 Höhenmeter nach unten und auf der anderen Seite wieder rauf. Dementsprechend ist diese Tour ganz klar zu bewerten mit eins, zwei, drei und auch der vierten starken Wade, die man für das Ganze braucht. Was aber nicht heißen soll, dass irgendjemand Angst haben muss vor dieser Tour. Sie ist nur einfach relativ lang und man muss ab und zu halt auch ein bisschen treten. Ja, das soll es gewesen sein. Ich möchte mich wieder mal ganz herzlich bedanken, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt und das Ganze euch angesehen habt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so wäre, schaut es bei uns im Kanal. Wir haben ganz, ganz viele andere Touren in anderen Gebieten auch. Die sind nicht minder schön wie diejenigen, die wir uns jetzt gerade angeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf. Wer einen Kommentar hat, unten einen Kommentar rein. Wer uns abonnieren möchte, damit ihr nichts verpasst, unten einmal auf Abo drücken. Ansonsten sage ich nochmal Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer BikeMike. Euer BikeMike. Wie lange Trail. Choice. Zurück paso dich femmes an. Ich bin sehrrikanter'. Wederkung ist Scrollchb olives.